Wie sicher ist unser Land noch? Zuerst verprügeln Jugendliche in Meran einen Gastwirt, dann wird ein Pfleger in der Notaufnahme des Krankenhauses zusammengeschlagen und erst am Sonntag haben zwei junge Männer eine junge Meranerin mit Pfefferspray überfallen. Doch damit nicht genug, es taucht auch noch ein Video auf, in dem Jugendliche großteils mit Migrationshintergrund in einem Lied Gewalt verharmlosen. Hat Südtirol und im besonderen Meran also ein Sicherheitsproblem? Genau darüber wollen wir in der nächsten halben Stunde diskutieren und dazu begrüße ich als Studiogäste Besai Mayer, pädagogischer Leiter des Meraner Jugendzentrums Jungle und langjähriger Streetworker sowie Andreas Leiter Reber, Obmann der Südtiroler Freiheitlichen. Guten Nachmittag. Auch Sie daheim oder unterwegs können mitreden und mitdiskutieren. Die kostenlose grüne Telefonnummer lautet 8, 3 mal die 0 144 77. Besai Mayer, hat Südtirol ein Sicherheitsproblem? Für mich hat Südtirol kein Sicherheitsproblem. Warum nicht? Ja, ich sehe jetzt seit intensiv, seit zehn Jahren die Jugend und die Abendkultur, wie sie lebt und muss sagen, es gibt viele Probleme, die wir haben, aber ein Sicherheitsproblem würde ich dies nicht nennen. Andreas Leiter Reber, wie sehen Sie das? Ja, ganz unabhängig jetzt von der jeweiligen persönlichen Meinung oder auch vom persönlichen Empfinden. Die Zahlen, die Statistik ist da ganz eindeutig, die eben klar sagt, dass in den letzten Jahren die Raubüberfälle, die Einbrüche und auch der Drogenhandel stark zugenommen hat. Also hier sprechen die Zahlen wirklich eine ganz andere Sprache. Laut dem römischen Innenministerium liegt Südtirol in der Verbrechensstatistik 2018 auf Rang 75 von 106 Provinzen. Also das ist das untere der Wellenfeld gewissermaßen. Besai Mayer wird hier übertrieben nach diesen Vorfällen in Meran konkret. Für mich wird klar übertrieben, aber ich finde es trotzdem sehr wichtig, dass wir das Thema Gewalt uns wirklich annehmen und viel darüber sprechen. Wir sprechen von Gewalt, die im täglichen Leben immer wieder stattfindet und die in den verschiedenen Formen sich äußert. Das heißt, Gewalt findet ja in jedem Haushalt auch statt. Gewalt findet anderen Menschen gegenüber tagtäglich statt, in kleinen Formen des Mobbings, was dann zu Folgewirkungen auch von körperlicher Gewalt führt. Bevor wir die ersten Anrufer in die Sendung nehmen, Andreas Leiter-Reber, wir haben es gehört, Rang 75 von 106 Provinzen. Warum also diese Aufregung? Na, man muss schon sagen, mit was will man sich, mit was möchte man sich denn vergleichen? Ich glaube, wenn wir uns vergleichen mit Regionen in der Schweiz oder in anderen Gebieten, dann würde die Sache ganz anders ausschauen. Im wirtschaftlichen Bereich vergleichen wir uns auch nicht unbedingt mit Kalorien. Gut. Anton Senfter aus Meran ist unser erster Zuhörer, der sich an dieser Diskussion beteiligen möchte. Grüß Gott, Herr Senfter. Grüß Gott. Ja, ich hätte eine Frage an Bessay Mayer. Er war ja früher Präsident des Schostwäschklubs. Sie hat aber nichts unternommen, weil sie bis vier in der Früh randaliert haben und gesoffen und die Leute bedroht in ins oder was. Haben sie sich wirklich nicht wohlgefühlt? Sie hat er wahrscheinlich weggeschaut. Weiß nicht? Weil man muss auch solche Sachen schon in Geheimen stecken. Und nicht sagen, ja, jetzt lassen wir mal und das. Deshalb soll sie tolerieren. Das ist so weit gekommen, dass sie gesagt haben, komm in der Gasse. Wir sollen auswandern und sie bleiben da und die Gasse kehrt zu entleeren. Danke schön. Um ein Beispiel zu sagen, solche Leute, Einheimische, die einen Tage unter Menschen niederschlagen, die Leute können einmal herzunehmen für ein Herdenschutzprogramm und die sollen zu 24 Stunden hirten, aber sie verlieren ihnen die Blödsinn. Andros Senfter, danke schön für Ihren Kommentaren. Hat Südtirol ein Sicherheitsproblem? Das ist unsere heutige Fragestellung. Diskutieren Sie mit, stellen Sie Fragen an meine beiden Studiogäste oder sagen Sie uns einfach Ihre Meinung. 8 3 mal die 0, 144 77 lautet die grüne Nummer. Herr Richard aus Patschings hat auch diese Nummer gewählt. Grüß Gott. Ja, guten Tag. Bitteschön. Also ich glaube, dass wir nicht nur ein Sicherheitsproblem haben, sondern ein allgemeines Problem mit der auffälligen Ausländerung. Ich möchte nur leicht die Worte vom türkischen Präsidenten zitieren, Europa wach auf und wir müssen gewaltig aufwachen. Weil was die Busschen sich dann nicht so überleben, ist bald nicht mehr normal. Weil wenn ich heute hergehe und am Pfleger unten niederschläge und den nächsten Tag bin ich wieder freier unterwegs und kann den Blödsinn wiederholen, die lachen uns ja sauber aus, die Leute, die lachen uns sauber aus. Also, erstens mal müssen wir hergehen, die auffälligen Wunschung sofort des Landesverhältnisses, sofort, sofort, momentan nicht, in den Arbeitsklok kreditieren und Sturner klopfen, sage ich mal. Also Fazit ist einfach, Ausländer, die, die arbeiten, die in Ordnung haben, okay, in Ordnung, aber die anderen einfach ab. Gut. Das ist mein weiteres Teil. Dankeschön, Herr Richard. Kommen wir jetzt auf diese ersten beiden Stellungnahmen vielleicht ein bisschen zu sprechen. Herr Anton Senft aus Meran meinte, B.S. Mayer hat da ganz konkret Sie angesprochen, man sollte ein falsches oder nicht richtiges Verhalten sofort im Keim ersticken, hat Sie danach konkret darauf angesprochen. Was haben Sie denn damals unternommen als Präsident des Ost-West-Clubs? Was möchten Sie denn darauf antworten? Ja, einmal möchte ich auf die Uhrzeiten eingehen. Natürlich ist der Teil, wo sich der Ost-West-Club befindet, ein Teil, wo am Abend ein Durchzug stattfindet. Also Herr Senfter hätte immer gerne die gesamten Vorfälle in der Altstadt dem Ost-West-Club zugeordnet, was jetzt so einfach nicht ist. Zum anderen, wir haben ständig sehr viele Sachen unternommen, um gegenzuwirken. Wie gesagt, ich arbeite nun seit zehn Jahren in der Arbeitsintegration. Ich versuche Arbeitsfelder zu schaffen, wo Menschen, die auffällig sind, und wir sehen eben diesen Keim, der im Entstehen ist, der durch diese Aussagen von Menschen, die es verallgemeinern, immer wieder provoziert wird. Herr Richard aus Batschins meint in seiner Stellungnahme, auffällig gewordene ausländische Mitbürger sollten sofort des Landes verwiesen werden. Das fordern ja auch immer wieder die Freiheitlichen. Andreas Leiter-Reber, aber so einfach ist es dann in der Praxis doch nicht. Nein, was hier zum Ausdruck kommt, und das hat der Herr eben aus Batschins angesprochen, dass man natürlich bei Einwanderern, bei Migranten, die eben großteils nicht in die Arbeitswelt einwandern, sondern vielfach eben in unser Sozialsystem, wenn solche Leute dann auch durch Gewalt und Kriminalität auffallen, dass hier natürlich auch ein bestimmter Zorn bei den Leuten vorherrscht. Das ist sehr verständlich. Und ich muss sagen, wenn wir uns da vergleichen mit anderen Ländern, Kanada, Australien, die hier eine viel härtere Einwanderungspolitik fahren, und auch Neuseeland hat jetzt die Zügel gestraft, weil sie eben sagen, dass gerade Leute mit arabischem Hintergrund, aus nordafrikanischen Ländern sehr, sehr schwierig sind, weil man sehr wenig an Integrationswille und auch kaum eine Bringschuld erwarten kann von diesen Leuten. Also es ist hier wenig erkennbar, dass ich sage, ich will Teil der Gesellschaft werden, ich möchte hier auch in Südtirol mehr was aufbauen. Also das ist kaum vorhanden, bei sehr, sehr vielen. Herr Besey-Meyer, Sie arbeiten mit Jugendlichen, sind so gesehen vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund eben gewaltbereit. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Für mich, ich muss immer wieder darauf hinweisen, dass wir immer gesellschaftliche Situationen haben. Wir haben Menschen, die viel verdienen, Menschen, die wenig verdienen, Menschen, die in schönen Wohnungen wohnen und Menschen, die in weniger schönen Wohnungen wohnen. Wir haben Jugendliche, denen wird alles bezahlt, und wir haben Jugendliche, denen wird nichts bezahlt. Natürlich sehen sich die Jugendlichen alle untereinander in einem Tagesablauf in der Stadt. Was hat das damit zu tun, ob jemand gewaltbereit ist oder nicht? Das hat damit zu tun, dass sich ständig Menschen wieder in der Situation sehen, dass sie viel weniger gesehen werden, dass sie eher hierfür gesehen werden, wenn sie gewaltbereit sind. Andere Jugendliche haben es viel besser, sind in ein Netzwerk eingebettet. Ihre Straftaten werden vielfach als Lausbubenstreiche gesehen und würde dasselbe ein Ausländer machen, dann ist er sofort gewaltbereit. Wir reden nicht nur von Lausbubenstreichen, die gibt es in allen Kulturen, da braucht man gar nicht darüber reden. Wir reden wirklich von Kriminalität, von Prostitution. Wir reden von Drogenhandel. Das hat für mich nichts mehr mit Lausbubenstreichen zu tun. Die Prostitution würde es im Iran nicht geben. Wir sprechen nicht nur von Jugendlichen. Wir sprechen nicht nur von Jugendlichen. Die Prostitution würde es nicht geben, wenn nicht unsere Männer aus unserem eigenen Land sie verwenden würden. Heute sprechen wir aber über ein anderes Thema, nämlich über die Frage, hat Südtirol ein Sicherheitsproblem, ausgehend von den jüngsten Gewalttaten, vor allem in Meran. Zwei Anrufe haben wir jetzt schon lange in der Leitung warten lassen, vor allem Frau Vora aus Bozen. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich wollte sagen, was das betrifft, diese Stadt, reden wir nicht von Meran, wir reden jetzt von Bozen. Ich sehe nie einen Polizisten. Nie. Früher hat man wenigstens die Stadtpolizei gesehen, wieder am Bahnhofplatz gespannen sein und alles andere. Aber man sieht niemanden. Nicht abends, nicht nachmittags, nicht vormittags. Keine Polizei ist, ich sage, das ist der Boot, ich weiß nur von Bozen, ist ganz vernachlässigt. Auf jeden Fall. Und das ist ein, 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 und dann die Immigration, was ich jetzt sage. Ich kenne nur diese zufällig anständigen Menschen. Also ich sage nur ganz kurz ein Beispiel. Also wir sind jetzt in Italien, aber ein Beispiel sage ich Ihnen von meinem, diese Babygang. Alles Italiener vom guten Hause, die überfallen die Leute. In Rom ebenfalls. Also reden wir nicht immer von Immigration, sagen wir mal bei uns einherum, weil wir sind auch Downer. Dankeschön, Frau Forum. Und als nächsten Anrufer würde ich gleich Herrn Bepflanz aus Bozen in die Leitung beziehungsweise in die Sendung nehmen. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich wollte, es wird viel reden von Sicherheit. Die Sicherheit ist nicht mehr vorhanden. Ich sage mir, was blüht uns ein Südtirol oder ein Indien, wenn er etwas tut, weil er ist drüben in die dritten Länder, weil er in ein Gefängnis geht. Was blüht ihm sein vor? Der Leute, die Polizei bekommt. Die Polizei bekommt. Die, die gewisse Taten machen, die gehören von der Erdfläche weg. Es sind ja so viele, so viele, so viele Schluchten, was man kann, lange, viel, lange auffüllen, dann machen wir einen Parkplatz. Gut, Dankeschön. Frau Forum aus Bozen meinte zuvor, und ich denke, das ist ein interessanter Diskussionspunkt, es gibt zu wenig Polizei. Sie spricht von der Landeshauptstadt. Bräuchte es mehr Polizei? Besey Mayer? Könnte die Polizei das Sicherheitsproblem, wenn es denn ein solches gibt, lösen? Nein, ich glaube ganz fest daran. Und besonders in meinen letzten zehn Jahren Arbeit wurde diese Meinung immer stärker bekräftigt. Dadurch, dass sich sehr viele Netzwerke knüpfen konnten mit den ganzen Sozialleinrichtungen, sei es auch mit den ganzen Ordnungshütern. Man muss sich das so vorstellen, ein Streetworker befindet sich auf der Straße. Ein Sozialarbeiter auf der Straße, der Orte aufsucht, wo junge Menschen sich treffen, wo Menschen sich treffen, und dessen Ziel es ist, den Ort und die Gefahren an dem Ort zu minimieren. Und ich habe immer mit totaler Leidenschaft gearbeitet und immer wieder gesehen, die Situationen, wie sie entstehen. Und ich denke, wir sind mit anderen Problemen konfrontiert. Ich habe ein Beispiel, wo wir gesehen haben, dass wenn wir Wasserflaschen mithaben und den Menschen, die zu viel getrunken haben, die dann normalerweise auch zu mehr Gewalt neigen, Wasser geben zum Trinken, dass sie wieder mehr zu sich kommen und somit auch eine Gewaltreduktion stattfindet. Ein Augenblick, wir mussten dieses Wasser abstellen, weil wir nicht die genügende Finanzierung dafür hatten, uns Wasser zu kaufen, um den Menschen und um unseren Menschen, die abends auf der Straße sind, im nötigen Moment geben zu können. Und ich denke, das ist der Punkt. Also solche Projekte werden sinnvoller als noch mehr Polizei. Mehr Polizei. Einen weiteren Punkt. Lassen wir ganz kurz bitte vielleicht Andreas Leiter-Reber auch dazu Stellung beziehen. Ich bin mir sicher, dass auch Sie vom Jugendzentrum das ein oder andere Geld gebrauchen werden. Wenn es jetzt nur ums Wasser geht, man muss sagen, die Wasserqualität in Maranen ist sehr gut. Da kann man auch Brunnenwasser abfüllen. Also von dem her. Nein, die Hygiene erlaubt das nicht. Dann ist es was anderes. Aber wenn es nur darum geht, ein Wasser zu trinken, ich meine... Es ist alles viel komplexer als man es oberflächlich so manchmal sieht. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Mehr Polizei, ja oder nein. Zur Polizeipräsenz. Und auch hier hören wir von den verschiedenen Einheiten, dass es natürlich auch dort an Personal fehlt, an Ausrüstung auch fehlt. Das hören wir immer wieder. Ich möchte aber auch zugleich eine Lanze brechen für die Sicherheitskräfte, die sich wirklich auch oft sehr bemühen und relativ zügig auch vor Ort sind. Das Problem dann ist meistens, dass der eigentliche Strafvollzug fehlt. Das heißt, die Justiz ist viel zu langsam in Italien. Meistens sieht man Täter und Tatverdächtige sehr schnell wieder auf freiem Fuß. Und das ist das Problem, was die Leute dann auch verärgert. Zu Recht, weil sie sagen, der wird immer wieder festgehalten, der wird immer wieder, kann ihm nachgewiesen werden, dass er kriminelle Tätigkeiten ausübt. Und dann ist er wieder auf freiem Fuß. Das deprimiert die Menschen. Zuerst verprügeln Jugendliche in Meran einen Gastwirt, dann wird ein Pfleger in der Notaufnahme des Krankenhauses zusammengeschlagen. Und erst am Sonntag haben zwei junge Männer, eine junge Meranerin, mit einem Pfefferspray überfallen. Hat also Südtirol ein Sicherheitsproblem? Frau Maria Luise aus Deutsch-Nonsberg ist jetzt in der Leitung. Grüß Gott. Ja, hallo, ich möchte auch einen Beitrag. Und zwar, es wäre toll, dass wir die Ausländer, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das auch Einheimische ist, weil mir ist 88, auch schon die Geldtasche bei der Schuld, und das waren Einheimische. Und viele andere. Und noch eine Frage, wer putzt eigentlich auf die Autobahnen und im öffentlichen Kloß? Ich glaube, kein Einheimischer, weil sie zu viel von ihnen. Danke, das ist mein Beitrag. Danke Ihnen, Frau Maria Luise. Frau Reich aus Algund hat auch die grüne Nummer gewählt, um sich an dieser Diskussion zu beteiligen. Grüß Gott, Frau Reich. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ja, Leih und kurz auf der letzten Anrufung. Wenn sie ja in die Toiletten und Putzen und solle Arbeiten machen, dann müssen andere Leute auch das rechtfertigen. Und nicht, dass man zu Überfällen oder solle Sachen machen darf. Zuland, was mich stört, die Aussage, ich weiß nicht, Meiermann, ich weiß nicht, dass das ja von Stangl da ist. Ja. Wir konnten ja sagen, dass das Leih-Lausbuben-Streiche sind. Was sind die Plattformen-Plattformen-Plattformen? Was ist ein Himmel-Lausbuben-Streiche? Entweder hat sich Leih verrettet, aber wenn es eine Einstellung ist, dann waren jetzt schon die Vorgesetzten oder die Politiker am Zug. Gut. Das war meine Meinung. Dankeschön, Frau Reich. Also ich habe jetzt vor allem von der Frau Maria Luise zwei ganz interessante Diskussionspunkte herausgehört. Zum einen meinte sie mal, schon 1988 sei sie selbst Opfer eines kleineren Raubüberfalls gewesen. Mit anderen Worten, es gab doch früher auch schon immer Gewalttaten. Besai Meier hatte sich jetzt verschlechtert oder sind wir in etwa bei dem Stand, wie es vor einigen Jahren war? Welchen Eindruck haben Sie? Also ich kann jetzt von meinem Eindruck im Burggrafenamt sprechen. Dort habe ich ihn sehr, durch meine Arbeit sehr gut gesehen, was alles so passiert. Und für mich ist es jetzt nicht mehr geworden. Wir haben sicher andere Probleme, wie zum Beispiel, dass grundsätzlich die Aggression gestiegen ist in der gesamten Bevölkerung. Ich sage es gern als Beispiel, dass wir auch in Meran jetzt eine desaströse Verkehrsproblematik haben, die sehr viel Aggression auf die Straße bringt. Und die ist reell. Die findet sich wieder in sämtlichen anderen Realitäten zu Hause wieder, wo der Stress weitergetragen wird. Zu Hause, da haben Sie ein gutes Stichwort geliefert. Andreas Leiter Rebermann spricht, wenn man von Gewalt in Südtirol spricht, kaum von versteckter Gewalt etwa auch von zu Hause. Aber die gibt es ja auch. Und die gab es auch immer schon. Wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Anders gefragt, missbrauchen Sie jetzt als die Freiheitlichen vielleicht gerade auch den Umstand, dass jetzt beispielsweise im Iran diese drei Gewalttaten erfolgt sind? Ja, ich finde das wirklich eine Unterstellung, vor allem, weil die Zahlen hier ganz offen sind. Und wenn ich an die Wortmeldung von Frau Maria Luise denke, die gesagt hat, vor 20 Jahren wurde sie auch schon beraubt. Ich bin mir sicher, dass auch zu Andreas Hofers Zeiten schon jemand gestohlen hat. Also das ist aber überhaupt kein Thema. Das Verhältnis ist aber eins zu zehn. Das heißt also im Durchschnitt zehnmal öfters sind es eben Menschen mit Migrationshintergrund, die hier kriminell werden. Und das ist einfach nur ein Fakt. Man kann jetzt so tun, das ist kein Problem. Man kann das verschweigen. Oder man kann sich darum kümmern, so wie wir es auch machen wollen, und wirklich eine Sicherheitskonferenz machen. Und da geht es mir nicht darum, nur Leute mit Migrationshintergrund, jeder, der kriminell wird, ob einheimisch, deutsch, italienisch oder eben ein Ausländer, hat sich zu verantworten. Das muss in einem Rechtsstaat einfach Gültigkeit haben. Die letzte Anruferin würde ich noch gerne in die Sendung nehmen. Das ist Judith Strehmeier aus Lana. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich möchte mal ganz ein großes Kompliment dem Herrn Leitergeber, Leiter Reber. Leiter Reber, ja. Ja. Ich habe gestern die Sendung angehört. Der hat sehr sachlich gesprochen und so wie die Dinge geschehen. Der gute Herr Mayer, es genießt nicht die Sachen schönreden. Und sagen, die armen Leute, wir waren nach dem Krieg, ich bin eine Arme, eine alte Frau, weiss, Heinz. Und damals, wir waren alle arm. Deswegen einfach solche Sachen aufführen. Da darf man nicht leider Polizei die Schuld geben. Man muss selber wissen, was man zu tun hat. Ganz genau. Gut. Judith, ja, bitteschön. Viel zu viel. Heute ist die Gesellschaft, mit 13, 14 Jahren muss man schon die ganzen Nächte herumlungern. Das bringt nichts. Judith Strehmeier aus Laner. Vielen Dank für diesen offenen Kommentar. Dankeschön, dass Sie auch von Ihrem Leben ein bisschen erzählt haben. Weser Mayer, ich habe jetzt von zwei Anruferinnen herausgehört, Sie verharmlosen ein bisschen die Situation. Stimmt das? Nein, ich bin sicher der Letzte, der die Situation verharmlost. Ich beschäftige mich mit diesen Situationen. Und ich bin sehr der Meinung, dass wenn ein Jugendlicher mehrfach straffällig wird, dass wir klare Konsequenzen brauchen. Also ich verharmlose es nicht, sondern ich entwickle konstant neue Wege, wie wir besser mit diesen Situationen umgehen können. Und eine Sache möchte ich noch gesagt haben, und das ist zwar, dass wir ein Sicherheitsproblem haben, wenn all die Sozialarbeiter, die tagtäglich sich damit auseinandersetzen, mit einem Hungerlohn zufrieden sind, weil sie mit Überzeugung sie für unsere Gesellschaft einsetzen. Und wenn das dann so wahrgenommen wird, als würden wir es verharmlosen, dann steht hier einiges nicht richtig. Andressleiter Reber, noch ein paar Sekunden, dann müssen wir sofort zum Ende kommen. Ganz schnell, ich glaube, der Begriff der Eigenverantwortung, der ist ganz wichtig. Wir als Gesellschaft können nicht alles regeln. Das ist ganz klar. Wir können nicht für jeden einen Sozialarbeiter hinstellen und auch unsere Integrationslehrer können sich auch nicht nur darum kümmern, die Sprache, die Unterrichtssprache zu lernen. Eigenverantwortung, selber auch Integrationswille und Teil sein wollen einer Gesellschaft. Hat Südtiroler ein Sicherheitsproblem? Darüber haben wir heute mit Besai Maier und mit Andreas Leiter Reber diskutiert. Jetzt bin ich sicher. Untertitelung des ZDF, 2020